So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, eine neue Folge Pokémon GO. Eigentlich sind wir gerade direkt live bei Raids für Zuschauer mit Mewtwo. Guckt euch das mal an, Mewtwo Raids, deswegen ist hier nebenbei auch der Chat. Achtet gar nicht auf den Chat, ich habe jetzt hier schnell das eingeblendet, dass ihr euch nicht ablenken lasst. Und alle haben drauf gewartet, was sind die Raid-Bosse im Juli, was wird im Juli kommen, die Spekulationen waren hoch. Irgendeiner hat heute gesagt, glaubst du Dialga kommt im Juli? Und ich habe direkt gesagt, nein, das macht gar keinen Sinn, ohne Zusammenhang, dass einfach Dialga im Juli kommt. Was soll das denn? War doch außerdem erst da mit Palkia und wurde als Shinies eingeführt. Jetzt um 22 Uhr haben sie es Release. Ich habe den ganzen Tag, jede Stunde geguckt. Denn am Freitag, wenn ich nach Berlin fahre, ist um 10 Uhr der Raid-Boss-Wechsel und ab 11 Uhr kann man einen Raid machen von dem neuen Boss. Und ich denke mal, die meisten werden jetzt enttäuscht sein, weil die Vögel kommen einfach zurück. Die meisten haben gedacht, dass die Vögel in ihrer Gala-Version jetzt reinkommen. Jetzt sind es trotzdem nur die normalen Vögel, aber können natürlich Shiny sein. Viele brauchen noch einen Shiny, andere wollen noch einen Hunderter, obwohl die mittlerweile ja eigentlich total schwach sind. Es gibt so viele bessere Angreifer von den ganzen Typen. Ich freue mich aber trotzdem, ich habe alle drei Vögel als 100%. Ich möchte alle drei Vögel auf Level 50 ziehen. Für mich wird es also gemütlich. Ich muss keinen Hunderter mehr handen. Ich kann einfach ein paar Raids machen, die Raid-Mania mitnehmen und das alles mitnehmen. Aber was es sonst noch gibt, seht ihr natürlich hier. Vergesst nicht, dass am Freitag also das Berliner Go-Fest ist. Man da schon hin kann, manche am Freitag sogar schon spielen, andere am Samstag, so wie ich. Ich habe mein Ticket ja am Samstag, Sonntag ist auch nochmal, da werden wir aber zurückfahren schon wieder. Adi, es ist gleich, kriegst gleich was zu naschen, ne? Cool. Community Day im Juli, darüber haben wir gestern ein Video gemacht, wird Staralili sein. Habe ich auch schon wieder gehört, manche finden das total dumm. Ich finde es okay, weil es ein Pokémon, was neu als Shiny eingeführt wird. Drei neue Shinies, gute Boni eigentlich. Und Hannes ist da zu der Zeit. Ich werde wahrscheinlich also mit Hannes mal unterwegs sein auch und draußen spielen und nicht drei Stunden hier auf meinem Arsch sitzen. Mal gucken, wie wir das dann machen mit Stream oder Video oder irgendwas. Bevorstehende Events, wird ja auch immer angekündigt, da könnt ihr euch die Daten auch aufschreiben. Event zum Jubiläum von Pokémon Go. Da ist ja auch jedes Jahr im Sommer gibt es was. Letztes Jahr war ja fünfjähriges Jubiläum, das war ja was ganz Besonderes. Das heißt, diesmal müsst ihr zum Jubiläum dann sechs Jahre Pokémon Go sein. Mittwoch, der 6. Juli bis Dienstag, der 12. Juli. Schreibt euch das mal auf. Schreibt euch das auf in euren Kalender. Am 6. Juli startet sowieso wieder ein Event. Sie lassen also das jährliche Jubiläumsevent hochleben. Ein Fragezeichen-Event steht hier auch noch dabei. Also das hat anscheinend einfach noch keinen Namen. Ich glaube nicht, dass das das Fragezeichen-Event heißt. Es hat noch keinen Namen, da kommt noch was hin. Ein Event mit neuen Pokémon-Debüts und neuen Abenteuern. Darauf könnt ihr wetten. Macht euch bereit für unser Überraschungsevent. Na gut, Überraschungsevent hätte einen Sinn, das so zu nennen. Das von Mittwoch, dem 27. Juli, bis Dienstag, den 2. August läuft. Weiter kommen wir jetzt also zu den Rates der Stufe 5. Freitag am 1. Das ist also das Erste, was jetzt kommt. Gerade wenn Mewtwo rausgeht. Arctos kommt rein. 1. Juli, Freitag bis Donnerstag. Ich weiß nicht, warum sie die Raid-Boss-Wechsel jetzt so komisch gemacht haben. Sonst war das immer am Dienstag. Dienstag war immer Raid-Boss-Wechsel. Das hat gut gepasst. Jetzt wechselt das am Freitag. Danach wechselt das immer am Donnerstag. Arctos kommt zuerst. Ist wieder mal der Schwächste von den drei Vögeln. 1. Juli bis 7. Juli. Dann Donnerstag, 7. Juli bis 14. Juli. An dem Donnerstag, wo ich dann nach München fahre. Da kann ich also auch wieder keinen Community-Raid machen. Ist dann Zapdos da. Meiner Meinung nach der beste und nützlichste Vogel von den dreien. Und Donnerstag, der 14. Juli bis Freitag, der 22. Juli. Lavados. Wo Lavados als Flugangreifer wahrscheinlich noch mehr zu gebrauchen ist als als Feuerangreifer. Habt ihr auch noch andere Möglichkeiten. Das wahre Highlight wird wahrscheinlich aber danach erst kommen. Nämlich am 22. Juli bis Sonntag, den 31. Juli, kommt Dialga. Warum auch immer. Ich habe gesagt, das hat gar keinen Sinn. Jetzt kommt einfach Dialga zurück. Und das ist ein Pokémon, was viele in PvP-Meisterliga auf jeden Fall spielen. Was sie als Drachenangreifer mega brutal finden. Was richtig gute WP erreicht. Ich bin mit Dialga durch. Ich habe meinen 100% auf Level 50. Ich habe genügend Shinies. Aber ich werde da natürlich auch Raid Manias mitmachen. Ihr könnt mich einladen. Vielleicht nochmal ein zweites hochziehen oder so. Oder ein Shundo. Das wäre auf jeden Fall krass. Also bei den Vögeln. Die, die noch Shiny brauchen, freuen sich. Ich freue mich auf die Bonbons. Und hier haben bestimmt viele Leute Bock, das intensiv zu raiden. Das sind vier Phasen. Und in diesen vier Phasen gibt es zu jedem Fünfer-Raid natürlich auch immer noch einen Mega-Raid. Erster bis Siebter, also Mega-Glurak. Ist ein bisschen ausgelutscht. Mega-Glurak X. Siebter bis Vierzehnter Mega-Glurak Y. Vierzehnter bis Zweiundzwanzigster Mega-Tau-Boss. Aber Zweiundzwanzigster bis Einunddreißigster Mega-Gengar. Das glaube ich trotzdem noch der interessanteste und gefragteste unter den Mega-Raids. Beziehungsweise Glurak eigentlich auch immer. Ich glaube Mega-Tau-Boss ist nicht so gefragt. Aber gerade dadurch, dass den fast keiner macht, fehlen den meisten wahrscheinlich überhaupt noch Energien für Mega-Tau-Boss, um das mal zu entwickeln. Man könnte also gucken, dass man vielleicht jedes irgendwie mal anbietet. Oder man konzentriert sich auf die Vögel. Ich weiß es nicht. Ich werde wahrscheinlich Umfragen machen und ihr guckt einfach, was euch am meisten fehlt. Und ich brauche eigentlich nichts. Ich brauche nur die Legendären. Raid-Stunden wisst ihr ja. Jeden Mittwoch ist immer eine Raid-Stunde. Jeder bekommt eine Raid-Stunde. Alles ist gut aufgeteilt. Feldforschungsdurchbruch. Schlur. Was es ja auch als Shiny gibt. Was auch schon mal einen Raid-Day hatte. Finde ich jetzt nicht so interessant. Aber ist ja trotzdem ein cooles Pokémon. Kann scheinlich sein. Nehmt mal mit, wenn ihr euch da die Zunge entgegenfliegt. Dann habt ihr auf jeden Fall Spaß dabei. Pokémon-Rampenlichtstunden. Und dann sind wir schon am Ende der News. Jeden Dienstag wieder von 18 bis 19 Uhr eine Rampenlichtstunde mit Lady Bar. Doppelte Fang-EP. Okay. Macholo. Doppelte Fang-Bomboms. Das ist sehr gut. Weil nicht nur Bon-Boms zum Hochziehen. Sondern auch XL. Alles braucht ihr unbedingt von Macholo. Ist auf jeden Fall ein richtig geniales Pokémon. Da Bon-Boms zu sammeln oder einen Shiny mitzunehmen. Einen Hunder da vielleicht abzugreifen. Früher unentbehrlich eine Machomai-Armee. Mit dem hat man fast alles niedergerußt. Jeder Vierer-Raid-Boss, den es damals gab, hatte eine Kampfschwäche. Machomai, also ein richtig starkes, fettes Pokémon. Ist in meinen Augen die nützlichste und beste und krasseste Stunde. Obwohl Macholo mittlerweile ja auch einen Community-Day hatte. 19. Juli. Sternlu. Das ist also die dritte Woche. Ist auf jeden Fall ein sehr cooles Shiny. Wer das noch nicht hat, sehr edel. Aber irgendwie komplett nutzlos. Dieses Pokémon. Und dann haben wir Ende Juli. Am 26. Noch Mediti. Mit Doppel-Entwicklungs-EP. Ist für Raids halt gar nicht zu gebrauchen. In der Go-Battle-League hat das auf jeden Fall seine Funktion. Ich hatte eins immer mit 14,99. Was ich dann bei Max Out Monday mal hochgezogen habe. Seitdem konnte ich es nicht mehr nehmen. Vielleicht finde ich ja jetzt nochmal eins, was ich irgendwie wieder für GBL nutzen kann. Ansonsten sind das eigentlich alle News. 7 Minuten 50 geredet. Wir müssen auf 8 Minuten kommen. Grüße gehen raus an Dani der Dicke. Der Chat hat sich da weiter die ganze Zeit betan. Die Leute fragen so, was macht denn der da? Was sind eure Favoriten? Also auf was freut ihr euch? Habt ihr Bock auf die Vögel? Braucht ihr noch einen als Shiny? Habt ihr schon einen als Hunder da? Was ist euer Lieblingsvogel? Freut ihr euch auf die Yalga? Werdet ihr einen Mega-Raid noch machen? Oder lasst ihr die komplett liegen? Fehlt euch noch Energie bei einem von den Mega-Raids? Und was ist eure Lieblings-Spotlight-Stunde von den vier angezeigten? Meine also Machollo. Und was sagt ihr zum Feldforschungsdurchbruch? Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.